Ja, hallo ihr Lieben, wir befinden uns ja in der Fastenzeit oder in der Passionszeit und da spiele ich mal einen Choral von Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude aus dem Orgelbüchlein. Das ist zwar nicht direkt ein Passionschoral oder ein Fastenzeitchoral, aber es ist ein C-Moll und der Text ist trotzdem ganz schön. Normalerweise würde man das mit einer brillanten Plenum-Registrierung spielen, aber weil wir in der Passionszeit sind, mache ich es mal mit einer etwas zurückhaltenden Registrierung. Danach spiele ich dann nochmal den Choral aus einer Kantate von Johann Sebastian Bach. Den kann man dann so mitsingen oder summen. Am nächsten Sonntag ist ja der Gottesdienst für die Entschlafenen. Da ist natürlich auch was geplant und danach kommt dann, ja, ist kein Scherz, der Weltfrauentag. Da habe ich auch noch was vor. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch und lasst doch gerne mal einen Daumen hoch da. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.